Hallo, ich habe nun Timmy, das kleine Schaf und seine Mama mit den typischen Wickelern im Haar als Entwurf gehäkelt und nun interessiert es mich, welches der beiden Videos soll ich zuerst in den Kanal einstellen. Das Ganze macht ja immer sehr viel Arbeit und deshalb ist es mir wichtig, dass das beliebteste Video zuerst hochgeladen wird. Unterm Video findet ihr einen Link, dort kann man abstimmen. Vielen Dank fürs Mitmachen, bis bald!